Hallo meine lieben Turrenfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video MyTurrenWelt. Heute hatte ich mein erstes BRK-Tur, ich will jetzt Rundpunkt hochdragen und so. Und falls ihr euch jetzt fragt, was mit mir los ist, warum ich so aussehe, ich komme gerade aus der Dusche und ich habe versucht meine Schminke abzuschminken, aber es hat nicht funktioniert. Unsere Ü15-Garde, unsere gemischte Garde und Ben haben natürlich auch noch getanzt. Und in der gemischten Garde war auch noch unser Trainer Sascha. Und da ich den Auftritt nicht filmen durfte, habe ich zwischendurch so ein paar Sachen gefilmt, zum Beispiel wie wir uns geschminkt haben, umgezogen haben und natürlich auch noch wie wir uns bedehnt haben. Deswegen habe ich auch noch, also wie ich mich halt auch gewärmt habe, habe ich auch noch aufgenommen. Und dann habe ich auch noch ein paar Stück aus meinem Tanz mit reingeschnitten. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video und dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Ich hoffe, ihr habt noch mal geblieben. Ja, das geht gerade aus. Manny, kommst du mir jetzt gleich stecken? Ja. Ja. Ja, und dann ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, rocke-rauch-sack-arm. Ja, genau. Ja, genau. Vielen Dank. 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 Applaus